Kreisel, Kreisel. Das ist natürlich das, was gerade ansteht. Jetzt gibt es gerade so eine Epidemie in der Stadt. Das passiert auch in regelmäßigen Abständen. Das ist so seltsam. Gucken wir mal ganz kurz, bevor ich mich um den Kreisel kümmere. Die Gesundheit ist schon am Limit so ein bisschen. Hier haben wir das neue Krankenhaus. Die Abdeckung ist eigentlich gut, die Durchschnittsgesundheit. Wir haben die auch ein bisschen erhöht, ja, indem ich letztens das Rauchverbot eingeführt habe. Das müsste eigentlich die Gesundheit ja erhöhen. Die sind hier dauerhaft krank. Sind die eigentlich irgendwie noch zu retten? Ist da irgendwas ganz Schlimmes? Ist da die Bodenverschmutzung total mies? Ach, das ist eine Müllverbrennungsanlage. Ja gut, die schicke ich jetzt mal woanders hin. Das ist ja auch ein bisschen scheiße. Kommt hier noch eine hin. So, kein Wunder, dass die da dauerkrank sind. Hier ist auch eine Müllverbrennungsanlage, aber da wohnen glaube ich keine Leute direkt, ne? Doch. Eigentlich sollten hier doch auch gar keine Leute in der Müllverbrennungsanlage wohnen. So, kommt zwar hinten hin. Das sind natürlich die Müllverbrennungsanlage. Da noch, da noch. Da sind die Leute eh im Arsch. Hier ist die normale Industrie, die es ein bisschen kaputt macht. Normale Industrie will ich da überhaupt nicht haben. Da sollen wir nur Agrarindustrie hin. Die macht ja auch nicht so viel Quatsch. So, normale Industrie kommt hier weg. Soll der überhaupt nicht sein. So, da können einfach Leute wohnen. So, müssen wir die Durchschnittsgesundheit mal wieder ein bisschen in den Griff kriegen. Das ist ja nicht so schön. Da müssen wir ein paar Hotspots mal raussuchen. Da ist okay, da ist okay. Ist da auch so gedacht. Da ist eh Industrieviertel. Hier ist halt das. Das haben wir verlegt. Das haben wir auch verlegt. Das dauert halt ein bisschen, bis das neu besiedelt ist und hier auch. Und dann muss ich das irgendwie mal neu machen. Jetzt nochmal kurz die Gebiete zuweisen vielleicht einfach. Okay, dann passt das. Trotzdem müssen wir kurz die Gesundheit checken. Das reicht immer noch nicht ganz aus. Wir können noch irgendwo sehen, wo die Gesundheit niedriger ist. Da ist ein Großkrankenhaus, da ist ein Großkrankenhaus, da ist ein Großkrankenhaus, da ist ein Großkrankenhaus. Im neuen Gebiet ist ein Großkrankenhaus. So, dann wenden wir einfach mal die Gebiete hier. Ups, nicht mit... Nein, nicht mit Industrie. So. So, wo war es noch so mies? Hier. So. Wo war es noch super mies? Hier. Und das auch. Das bringt einfach nichts. Ich wollte das bisschen mischen, damit die da wohnen und nicht weit zur Arbeit haben. Aber das funktioniert ja einfach nicht so gut. Weil irgendwie die Bodenverschmutzung wahrscheinlich da so hoch ist. Durch die eine Müllverbrennungsanlage. Die kommt eh hier rüber jetzt. Was soll das denn? Zack. Da irgendwo hin. Hier ist eh eigentlich Büroviertel. Hier geht es eigentlich. Das ist nur diese scheiß Müllverbrennungsanlage. Zack. Und hier, wenn hier nur Büroviertel sind, dann geht das ja. Ist zwar nicht schön, aber da haben sie es auch nicht so weit darüber. Dann können da eigentlich auch wieder Häuser stehen. So ist ja nicht... Na gut, ist eh egal. Aber wenn dann halt da... Wenn da keine Dreckschleudern mehr in der Nähe sind, können da auch eigentlich die Häuser stehen. Das ist aber alles verrückt. Ja, hier stehen ja nur Bürohäuser. Lassen wir die mal da in der Nähe, damit die hier schnell in der Stadt sind. Hier, die Verseuchung geht schon zurück. Und dann bessert sich da auch hoffentlich langsam die Gesundheit. Nicht von heute auf morgen, aber hoffentlich mittelfristig. 77% ist jetzt nicht so gut. Also über 80% und über 85% hätte ich das schon ganz gerne. Die haben noch kein Wasser. Da kommen wir hier wieder ganz kurz drum. Ups. Das ist natürlich schlecht. So, zack, hier hochziehen. Jetzt können wir auch die Zeit wieder laufen lassen, jetzt haben sie ja Wasser hier. So, das ist irgendwie nicht ganz angepasst. Hier haben sie ein bisschen neue Firmen, die noch keine Arbeiter haben. Aber das wird ja eh gerade hier... Ups, was ist denn hier los? Achso, bestimmt, weil ich ein paar Wohnhäuser abgerissen habe. Dadurch habe ich Leute verloren. Das passiert ja natürlich. So. Aber ich würde mich ja eigentlich um die, um die Kranken kümmern, so. Also ich baue mal noch ein neues, ein komplett neues Krankenhaus. Bloß wohin? Jetzt müssen noch ein bisschen feinere Unterschiede geben. Ist alles halt so türkis. Also hier baue ich zumindest mal so eine kleine Arztpraxis hin. Weil die sind einfach so schlecht erschlossen da. Ich gucke gerade, wo was grau ist. Da ist der Bogen so grau und da ist von da so grau. So. Kranke Bürger 3000. Ist doch auch nicht schön. Das müssen wir jetzt echt noch besser hinkriegen. Hier hat sich jetzt hoffentlich jetzt ein bisschen verbessert, nachdem da die Müllverbrennungsanlage weg ist. Das dauert natürlich, wie gesagt, ein bisschen. Aber das kriegen wir schon hin. Ich will doch irgendwo ein Krankenhaus hinsetzen. Wie groß ist das? Wie teuer ist der Unterschied? Wöchentlich 400. Fünfmal so viel. Kapazität. 100. 500. Das ist fünfmal so viel ungefähr. Das nimmt sich ungefähr gar nichts. Dann baue ich lieber ein paar kleine noch. Wenn das gar nicht so toll ist. Dann suche ich mir jetzt einfach noch Gebiete raus, die schlecht angeschlossen sind. Dass die Leute wohl auch versorgt sind. So, hier geht's ja durch das Krankenhaus. Dann erhöhen wir halt dann da mal. Hier könnte es noch besser sein. So. Jetzt haben wir Keilungskapazitäten ganz ordentlich erhöht mal. Die Durchschnittsgesundheit steigt hoffentlich jetzt auch wieder an. wo wir ein paar von den, äh, hier wird's schon besser, von den Verschmutzungsherden ausradiert haben. Kein Wunder. Ist ja auch nicht so wirklich schön. Ja, und da sollten eigentlich auch keine Leute wohnen. Das ist ja auch totaler Quatsch. Wenn noch vielleicht da Bürogebäude in der Nähe. Aber wohnen sollte natürlich da keiner. Nein, nein, nein. So. Jetzt können wir das Budget nochmal ein bisschen erhöhen. Damit die eben alle abgeholt werden. Okay, hier haben wir auch den Superstau. Äh. Die wollen von hier nur auf die Autobahn, oder was? Nur zum Teil. Einige wollen dann nur auf die Autobahn und stehen dann stundenlang da an. Ist ja auch Schwachsinn. Kann ich das nicht gleich hier abfangen, wenn die auf die Autobahn wollen? Das muss doch gehen. Das wird wieder ein Fall für Eleganz, Martin. Sehe ich jetzt schon kommen. So. Dann fangen wir auf der gleichen Höhe an wieder hier. Wie das da drüben? Genau. Geil, wie bellig das ist. Das schafft man nicht ganz so. Nochmal zurück. Das muss man ein bisschen anders machen. So. So. Ne, jetzt muss er ein bisschen höher sein. So, vielleicht von der Höhe. Ja. Na, nicht ganz so kurvig. So. So, Autos, die nur auf die Autobahn wollen, fahren dann einfach hier lang. So. Da sind nicht total viele, die nur auf die Autobahn wollen und gar nicht in die Stadt rein. So. Und durch diese Ampelschaltung hier, die überhaupt nicht so häufig gebraucht wird, stehen die dann viel zu lang. So, das entspannt sich aber jetzt schon sehr durch die neue Autobahnauffahrt hier. Das wird schon besser. Jetzt müssen wir nur noch die Auffahrt in die Stadt, weil die wollen hier gar nicht rechts lang, die wollen hier rüber. Da gibt es ja die patentierte. Die wollen von da nach da und die wollen von da nach da. Ja, kein Wunder. So. Die machen wir ganz schön. Lassen wir das hier. Wie machen wir das denn? Das soll ja schön aussehen auch wieder. So. Ganz so sind wir noch nicht. Könnte das sogar noch niedriger sein. Ne, könnte es nicht. Dann werden wir schon auf. Vielleicht wenn man noch ein bisschen weiter zurück geht. So. 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 Und das einzige Problem ist, dass dann die Ampel viel zu früh da ist. Das hier ist die einzige Problematik, dass eine blöde Ampel die viel zu früh zwischenschalte. Das könnte sein, dass das noch ein bisschen problematisch ist. So. 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 Kann ich denn vielleicht an diese Kreuzung da kommen? Gucken wir mal ganz kurz. So. 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 Dann probiere ich es nochmal anders. Hm. Mhm. Ich probiere es erstmal so und dann gucken wir mal wie sich das entwickelt. Unter Umständen kann ich sonst die Auffahrt noch nutzen die ich mir da gebaut habe. Okay, jetzt fangen wir hier noch an. Ne, die Kurve ist viel zu eng. Wie sieht das denn aus? Sollte das ja gar nicht aussehen. Das soll doch so aussehen. Sollte eigentlich ein bisschen geschwungen aussehen. Das probiere ich nochmal. Das kriegt man noch schöner hin. Wenn es schon nicht effektiv ist, ist es vielleicht wenigstens einigermaßen schön. So, ja. So, genau. Jetzt biegen die halt, die nur hier hinten hin wollen, einfach hier oben schon ab. Das Problem ist halt, was ich befürchte, ist diese Ampel. Dass die ebenfalls zu einem Rückstau führt, weil sie viel zu nah am Kreisel ist. Das wird auch das Problem sein. Die Alternative wäre halt... Diese hier. Was habe ich denn hier? Eine Feuerwache natürlich gerade erst hingestellt. Super. Stehe die mal kurz hier hin. Hier ist E-Bedarf. Dann gibt es hinten gleich eine neue. Keine Angst, Leute. Es gibt gleich eine neue. Und das sollte hier den Kreisel, der schon ganz schön überlastet war, erst mal ordentlich entlasten. Ja, manche fahren auf den Kreisel, manche fahren hier direkt hoch, weil sie eh woanders hin wollen. So soll es sein. Reibungslos ist das hier aber noch nicht, obwohl es schon wesentlich besser läuft mit dem Verteiler hier. Und jetzt gibt es auf dem Kreisel immer noch die. Die kommen von hier. Die Frage ist, gibt es welche, die von hier kommen, eigentlich nur in die Stadt wollen? Die Frage gibt es nämlich auch noch. Das ist aber eigentlich relativ einfach zu lösen. So sozusagen. Auf welche Höhe muss ich denn dann? Da muss ich auf noch. Ich will nicht, warum diese Blöde... Warum diese Blöde... Ich will nicht, wenn ich es schaffe, die Pfeile an die richtige Stelle. Ist doch nicht zu steil. Sag mir nichts. Ich glaube, dann machen wir es noch anders. Ich mache das jetzt aus Quatsch schon so. So, eigentlich dürfte da ja keiner mehr klarkommen, wie es hier aussieht, aber... So. So. Ich möchte von hier unten... Ist doch nicht zu steil. Ach komm. Tu mir doch den kleinen gefallen. Das wäre total super. Ich mache es mal umgekehrt. Dann müssen wir hier noch ein bisschen basteln. So. Was ich möchte, ist folgendes. Jetzt kriegen wir alles hin. Was sollte nicht immer so schief sein? Na, da komme ich nicht drüber. Fuck. Fuck, fuck, super fuck. Äh... Na, das machen wir noch. Na. Ich muss den Pfeiler da rüberkriegen. Äh, warum macht der den Pfeiler denn nicht so, wie ich möchte, so. Ja. Sonst muss ich so eckig bauen. Und eckig sieht hässlich aus. Warum macht der denn mit diese komischen Bögen? Das ist doch ein Quark. Also ich muss... Ich darf nicht vergessen, dass ich die hier anschließen muss. Von hier eigentlich. Und von hier kommt... ...der Anschluss. Probieren wir es mal direkt. Ich gebe hier noch nicht auf. So. Der Anschluss. Er folgt selbstverständlich. So. Aber natürlich in die andere Richtung jetzt. Weil die Richtungen völlig falsch sind. So. Und die Richtung ist natürlich auch totaler Humbug. Ihr haltet mich alle für verrückt. Das haben sie damals auch immer gesagt. Aber dann ist alles super geworden. Ich habe mich auch mal für verrückt gehalten. Der Winkel ist natürlich nicht ganz so schön, wie er sein könnte. Könnte wahrscheinlich mit viel mehr Speed um die Ecke fahren, wenn der Winkel geiler wäre. Und dafür ist da halt gerade wenig Platz. So. Und mit dem Verkehr, der halt nicht nach rechts möchte, sondern hier eigentlich nur in die Stadt. Und gar nicht in den rechten Teil der Stadt, wird er dann schon mal viel wesentlich besser umgeleitet. Und jetzt ist die Frage, wo möchte dieser Verkehr eigentlich hin? Der möchte witzigerweise... Kommt der von hier oben? Kommt der von hier oben? Möchte auf die Spur... Auf die Spur? Hä? Der fährt im Kreis? Warum ist denn der Stau im Kreis? Das muss ich jetzt mal ein bisschen beobachten. Beziehungsweise gucke ich mir dann, äh... Schon wieder über eine halbe Stunde vergangen. Ah, ich drehe durch. Ich verliere mal völlig die Zeit aus den Augen. Also, kurze Pause und danach... Ähm... Entschlüssel ich noch diesen Kreisverkehr. Damit alles super. Ich freue mich jetzt schon total. Ich kann es kaum aushalten, wie schön das wird. Und ihr werdet sehen, ihr werdet euch auch freuen. Und ihr werdet euch auch freuen.